Heute checken wir drei der schlechtesten Spots bei uns in der Gegend ab. Alles gut! Jo Leute, heute checken wir drei der schlechtesten Spots bei uns in der Gegend ab. Wir sind schon am ersten Spot, an einem kleinen Dirtpark würde ich sagen. Ich bin unterwegs mit Marlon und Maximilian. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal durch, zeigen euch die Limes und dann versuchen wir mal ein paar Stunts zu machen. Let's go! Kleines Flyout, Minispine, kleiner Table, kleine Hip. Dann geht's rein in die Kurve. Roller runter, lang geschobener Table, kurzer Table und aufs Flyout wieder zurück. Das ist die ganze Line. Erste Mission am heutigen Tag. Marlon probiert jetzt hier 180 hoch. Hallo Maximilian. Hallo. Was geht? Nichts. Gut. Als ersten Try von mir heute versuche ich da in diesem Flyout einen Barspin. Und wenn das funktioniert, habe ich hier dann sogar noch eine Line. Aber wir versuchen einen Barspin. Let's go! Oh, bist du deppert! Es ist großartig. ich fick den sprung jetzt versuche ich meinen opo 3 aber also mal ins richtung das war es von diesem spot leute damit sind wir an spot nummer zwei und zwei dieser kleine super einfache skatepark im hintergrund läuft ein fußballspiel auf vollem gange nicht wundern wenn hier also stimmen rumschreien und ja das ist jetzt so wir fahren ein paar runden machen ein paar kleine tricks so viel fliegt hier aber nicht und damit geht es auch direkt rein mit tire tap an der quarter die 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 Das Fußballspiel wurde erfolgreich beendet, unsere Session hier auch. Es ist ein super kleiner Skatepark, nicht viel los, aber macht trotzdem mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Wir gehen zum nächsten Spot, ab ins Auto. Uns geht nämlich langsam das Sonnenlicht flöten. Und damit geht's ab ins Auto, kommt mit. Damit sind wir an Spot Nummer 3. Wir dachten eigentlich gerade erst, das wird der beschissenste Spot, weil hier drüben geht es eigentlich drum. Aber wir haben hier gerade, hier ist so eine alte Laufbahn und die haben aber hier im Hintergrund, seht ihr ja, neue Gebäude gebaut. Und da haben wir jetzt quasi diesen Sand von dem Laufzeug auf einen Haufen gemacht. Das haben wir uns gerade ein bisschen zu einer Rampe gemacht und machen jetzt hier ein paar Stunts, das geht richtig gut. Und ich würde sagen, ich mache meinen Tag Noha an da. Alles gut! Ich würde sagen, es geht über den Lenker eine Runde. Ich würde sagen, dass wir jetzt kommt. Statement. Ab zum Zweifel überwärts. Marlon 5, jetzt haben wir von außerhalb eine Runde, die ich komplett durchfahre. Ich denke, wir müssen den nicht machen, das ist super unspektive leer. Ja Leute, das ist halt eine Quarterpipe. Und damit war es das aus diesem Video. Hat mega Spaß gemacht, heute mal ein paar Spots zu erkunden, auch wenn die leider nicht die besten waren. War es trotzdem richtig geil und schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Spot ihr am schlechtesten fand. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Damit würde ich sagen, war es das aus dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Ist kostenlos, helft uns die tausend Abonnenten zu knacken. Da würde ich mich riesig drüber freuen und in dem Sinne sind wir für heute raus. Bis zum nächsten Mal Leute. Bis zum nächsten Mal.